Schon ein bisschen im Reinen. Und das muss ich jetzt sagen, das ist eine Riesenfreude. Sensationelle Offenung. Und ganz herzlichen Gratulation dem Lisebecker. Wer ist Slyseli? Slyseli kennen wir seit dem Sommertag. Das ist eigentlich meine Lieblingskuh im Stall von Toni Brunner. Und soviel ich mich richtig erinnere, hat es zu unserer Kamera mal voll gekackt. Aber das nur so anpassen.